Du brauchst die passende Musik für dein Projekt oder deine Location? Hey, geht das dann auch ohne GEMA? Ja klar, GEMA-freie Musik mit Lizenz und Zertifikat für dein Projekt. Ja super, wo gibt's denn sowas? Ja, bei der Musikbrause natürlich. Hier könnt ihr unsere Musikstücke anhören, drunterladen und bei Bedarf eine Lizenz erlauben. Und ist das nicht der Knaller? Musik aus der Musikbrause. Anhören, testen und die Lizenz erlauben. Musik aus den Sandsofa Studios. Schau dich einfach um unter www.musikbrause.de. Alle unsere Musikstücke sind für nicht kommerzielle Projekte unter Angabe von Credits frei verwendbar. Musik von der Musikbrause. GEMA-frei. Spaß dabei.